Was haben wir denn da schon? Ein defektes Schwert ist das denn? Na ja. Och komm, ein Hexer muss doch hier noch sein. Zwei Hand mehr der Wagen. Oha, oha. Oh ne, das hasse ich. Also, wie schon gesagt, ich hasse es, wenn so viele auf Fernkampf gehen. So, das muss man nicht mehr rumkümmern. Nee, das ist kein Orkelschauhund. Oha, ich sterbe, ey. Gibt's doch nicht hier und du auch. Weil es ist ganz gut, dass ich mich hier ein bisschen auflevel, weil ich glaube, wir müssen später gegen einen ziemlich starken Drachen kämpfen. So, rechtzeitig eingesetzt. Ich hab mich rechtzeitig geheilt und da haben wir keine Chance, wenn wir so schwach sind. Ich hab mich rechtzeitig gewonnen. Oh, mein schon einiges. Ich hab hier gebraucht. Ja. Ich kann doch nie angehen. Das gibt's doch alles nicht hier. Irgendwo muss man auch mal mit das. Trank der Konzentration. Ich glaube, damit kann man schneller Kombos einsetzen. Genau, kann ich schneller laden. Das ist das. Oha, Vergiftung ist ganz gut und mehr Erfahrung. Das ist gut. Dann können wir uns schneller leveln. Mit W. Trank des Mentors. Ach, da kann ich angehen. Irgendwo noch ein blöder Hex. So. Vergammelte Handschuhe. Nee, das ist kein Goblinfresser. Das ist ein Ork. Entschuldigung, dass ich husten musste. So. Oh, Mann, ey, dieser Schamane. Der geht mit echt auf'n Geist an. Boah, cooler Helm. Schlechte Eisenkoller. Ach, was ist das denn für billig waffen? Waffen. So, und anscheinend laufen die irgendwie rum. Also, denken sehr viele bestimmt, aber ich suche diese verdammten Hexter. Die müssen hier doch irgendwo rumblungen. auch nicht schon wieder so blöder Schamane, Mann. Wir kämpfen, und kämpfen, und kämpfen, und ja. Leveln und hoch. Und man sagt, Deutsch kann ich nicht gebrauchen. Noch ein Deutsch kann auch nicht gebrauchen. Ich glaube, wir machen gleich mal bei unserer Hauptstory weiter. Ich habe irgendwie nicht so Lust, die ganze Zeit nach so'n blöden Hexer zu suchen. Ich glaube, die gibt es sehr viel auf die anderen, äh, Teile der Karte. Hier ist es eigentlich nicht so viele. Hier ist es eigentlich nicht so viele. So, das ist ja. Wo willst du denn ganz hinlaufen? Ja, wo willst du denn ganz hinlaufen? Joa, ich würde sagen... Na. Jetzt weck uns mal die Klammen ein. So, jetzt rufe ich mal das Pferd. Und wie schon gesagt, da kommt das Pferd. Ich stand eigentlich in... Komm, du willst Pferd. Wie heißt diese Stadt? Uh. Uh. Oder wie die Stadt heißt. Ich weiß nicht ganz genau. Ja. Da müssen wir ein und auf geht's. Ach ne, Schamane. Du hält mich bestimmt gleich mit irgendwelchen sauber Kräften fest, die ich nicht kenne. Ja, ich wusste es. Genau, Will. Wo lenkst du ihn ab und sterb da von mir aus. Und schon ist er tot. Der hat mehr Energie als ich. Na gut, der hat ein schwächere Schwert. Der hat nicht so ein guter Kämpfer wie ich. Und ich bin auch einmal gestorben, aber... Da habe ich auch nicht so ganz aufgepasst. Und dann reiten wir mal zum Portal. Und dann reiten wir mal zum Portal. Und Wilbur hat uns auch mal wieder Gesellschaft geleitet. Da ist auch wieder... Oh, dann würde ich sagen... Auf ins Portal. Wohin möchte ich denn mehr? Äh... Okay. Das ist ja ganz in der Nähe. Ist gar nicht so schlecht. Hier haben wir auch schon richtig durchgerockt. Hier sind auch nicht mehr allzu viele Gegner. Okay. 7.416 Gegner. Also... Schreibt in die Kommentare. Wegen... Ob euch das stört, wenn ich immer diese kleine Map anmache. So könnt ihr gerne reinschreiben. Und wenn euch das stört... Dann kann ich damit auch aufhören. Aber ich mache das, damit ihr einen besseren Überblick habt und nicht auch. Aber wie gesagt, wenn es euch stört, einfach schreiben. Und versteht mich jetzt auch gut. Gott sei Dank. Und ihr könntet ihr auch mal schreien, wer hier... Themen mich mal ansprechen soll, ob ich irgendwelche... Themen oder... Anderes sprechen soll. So. Was haben wir dort schönes? Höllenkraft. Das ist bestimmt von Gämonen. Ja. Da gehe ich jede Wette ein, dass es die Gämonen ist. Höllenkraft. Höllenschlund. Äh, war noch Höllenkraft. Habe ich mich da verlesen? Okay, die Wette habe ich verloren. Geht an den Dunkelelf. Höllen-Schlund. Oh Mann, wie viele Goblins gibt es denn auf dieser Karte? So. So. Noch mehr Nervenregen. So. Genau, Kombo-Meister. Neee. Das ist jetzt so. Ah, die sind schlimmer als kleine Insekten. Wie diese kleinen Scheiß-Koppen. Lass doch mal mein Pferd in Ruhe, damit die Fische hält. Komm, Kombo-Meister, wo bist du? Wo bist du? Da. Moin, ich brauche mal eben Paunen. Ich würde mal ein paar Wunen abhä... so tauschen. Ich möchte gerne den Mito-Ohr-Habel haben. Nee, warum nicht? Fegefeuer auch nicht, Flammenhäuer auch nicht. Vielleicht zu Stein mit Ohr-Habel. Geil. Und ein Leben. 100... 101 Schaden. Wow, damit mache ich ja richtig. Gucken wir mal. Cool. Damit sollten sich die Goblins mal vorsehen. Die Mito-Ohr-Habel behalte ich. Ich glaube, ich werde auch mal... Genau. Ein bisschen skillen. Wie viel hat er? 101. Was hat er jetzt? 129. Kann ich auch nochmal das Fegefeuer ein bisschen skillen. Fegefeuer... Nee, das war die Feuerspirale. Da ist sie. Die Feuerspirale macht im Moment nur 50 Schaden. Und jetzt macht sie 70 Schaden. Und das nenne ich doch mal viel mehr Schaden. Und dann mal hin. 20 Schaden mehr. Schnell mal eben zum Händler. Aber erstmal die Kitze da schnell plündern. Haben ja bestimmt viel Geld gekostet. Nur Geld. So Händler, ich will das abgeben. Und das ist, ne? Nee, den Stab will ich behalten. Aber den Helm kann nicht. Das kann weg. 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 Und das kann weg. Und das kann weg. Und das kann weg. Ich kämpfe nicht mit Deutschen. Da bin ich echt kein Fan von. Die können alle weg. Die bringen aber schön viel Geld. So, was haben wir hier noch? Kann weg. Ich hab ne Armbrust. Ich bin auch kein Fernkämpfer. Sondern Nahkämpfer. Uiuiui. Das ist gut. Das ist auch gut. 2.500 Schaden. Wow, heftig. Der ist ja richtig schlecht. Wenn die nicht stehen lassen. Als zweihandswaffe. 28,30 Schaden. Kann weg. Das Schwert behalte ich nochmal. 38,60. Kann weg. Das Schild. Macht aber mehr Regefeuer. Der riecht besser. Ach, verkaufen wir. Wurstungen. Super schön. Super. Helm der Veracht. Leuchten und Amunett der Geraden. Aber hat der Schutz. Kaufe ich da? Jo. Oder? Na, ganz gut. Aber brauche ich das wirklich? Ach, kaufen wir. Wir haben genug Geld. Ja. Wie viel Schutz haben wir? Steht hier irgendwo. Rüstungsbonus. 63%. Überlebensbonus. 2%. Kampfkunst. Feuer haben wir. 9. Waffenbonus. Waffen. Wir haben zwar nicht mehr viel Gold, aber dafür richtig geiles Amulett gekauft. Was haben wir denn hier entschieden? Das brauche ich alles nicht. Kleine Magier starb. Gut. Der kann weg. Der Rüstung macht 54. Der kann weg. Kurz gucken. Der ist ein bisschen schlechter. Das hat der für Extras. Man muss immer auf die Extras achten, wenn man was verkauft. Weil meistens... Ich gucke nicht immer auf das Geld, sondern auf die Extras. Das ist nicht ordentlich nicht so. Ich nehme keinen Zweihändler. Die Algenkolle kann weg. So. Uiuiui. Das ist auch eine geile Waffe. Achskamm. Ne. Die ist gut. Die ist auch noch gut. Ne. Die kann weg. So. So. Der Franzenschuh kann auch weg. Behalt' ich noch. Der kann auch weg. Der kann auch weg. Der kann auch weg. Dann genau das ist eine geile Kombo. Dann können wir stellen diese Kombo. Mitte Ohrhagel. Ähh. Feuerspirale mit der Ohrhabe und Feuerball kaufen. Jetzt haben wir die neue Kombo. Cool. Ich hoffe, dass die alle vier Sachen macht, weil dann ist die echt stark. Wir wollen gleich den einsetzen. 62 Sekunden. Fuck. Das dauert ja richtig lange. Äh, gut. Kann ich einsetzen. Das dauert wohl noch länger. Okay. Das ist eine mächtige Kombo. Ich glaube, die benutze ich nur im äußerten Notfall. Ich glaube, die macht richtig schön Schaden. Ja, dann. Okay. Vielen Dank.